Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Jonas R. Kanal. Draußen gewittert es gerade ein bisschen, ich hoffe man hört das auf der Aufnahme nicht, aber das Video muss jetzt aufgenommen werden. Und eigentlich passt das Gewitter auch ganz gut, denn wir wollen heute mal wieder einen kleinen Scam Check machen. Und zwar geht es um ein weiteres E- bzw. Crowdgrowing-Projekt. In den letzten Wochen hatte ich sowas ja bereits häufiger gemacht, zum Beispiel über Juicy Fields, wo es mit der Zeit auch immer weniger gut aussah und die sich schlussendlich ja auch tatsächlich als Scam herausgestellt haben. Oder zum Beispiel auch über Salvatara Crowd, wo ich ebenfalls nicht allzu überzeugt war. Und heute soll es um die Crowdgrowing-Plattform MyFirstPlant gehen. Die habt ihr mir nämlich seit dem letzten Scam Check mit Abstand am häufigsten zugeschickt. Und warum die bisher sogar wahrscheinlich am seriösesten wirkt, ich dort aber trotzdem kein Geld investieren würde, das erfahrt ihr in diesem Video. Vorher aber nochmal ein kurzer, aber wichtiger Hinweis. Dieses Video ist nämlich nur dafür da, euch bei eurer Meinungsbildung zu unterstützen. Mit anderen Worten, alles was ich hier sage, ist ausschließlich nur meine Meinung und nichts davon ist in irgendeiner Weise Finanz- oder Kaufberatung. Behaltet das also bitte im Hinterkopf, während ihr dieses Video schaut. Und nun würde ich sagen, wechseln wir auch mal direkt auf die Website von MyFirstPlant. So sieht das Ganze nun ja aus. Doch bevor wir loslegen, müssen wir natürlich auch alle abholen. Und deswegen hier nochmal eine kurze Erklärung, was Crowdgrowing bzw. E-Growing eigentlich ist. Beim Crowdgrowing wird von einer Crowd, die meistens aus diversen kleinen Privatinvestoren besteht, Geld eingesammelt. Mit diesem Geld werden dann Brokkoli-Pflanzen gekauft. Diese werden dann angebaut, gepflegt, schlussendlich dann aber auch geerntet und verkauft. Und nach dem Verkauf nimmt sich denn der Crowdgrowing-Anbieter ein Teil des Geldes für seinen Aufwand. Und ein anderer Teil des Geldes geht selbstverständlich auch an dich, den Investoren, wodurch dann schlussendlich auch Renditen und Gewinne erwirtschaftet werden. Soviel also erstmal zum Crowdgrowing allgemein. Und nun würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wie MyFirstPlant das Ganze umsetzt. Und als allererstes muss ich anmerken, dass mir die Website selbst bereits negativ aufgefallen ist. Denn einerseits ist sie ziemlich kurz, es gibt hier wirklich nicht viel zu sehen, es ist quasi ein One-Pager. Und andererseits funktionieren auch quasi alle Links nicht. Also wenn man hier auf Was wir tun, Deine Pflanze oder Unsere Chancen klickt, es passiert gar nichts. Der einzige von diesen Menüreitern, der funktioniert, ist der Login-Button. Aber würde noch nicht mal der funktionieren, wäre das auch ziemlich traurig. Das muss jetzt noch nicht unbedingt eine Red Flag sein, dass hier einiges nicht funktioniert und die Seite so simpel ist. Sonderlich positiv ist es aber auch auf gar keinen Fall. Aber gut, ich würde sagen, wir kommen jetzt hier mal zu dem tatsächlichen Anbau der Pflanzen. Und da gibt es als erstes zu beachten, dass hier tatsächlich nur Pflanzen ohne psychotrope Wirkung angebaut werden, besser bekannt als CBD-Pflanzen. Und da soll es hier tatsächlich sowohl Indoor- als auch Outdoor-Pflanzen geben. Der Fokus scheint hier aber eindeutig auf den Indoor-Pflanzen zu liegen, allein schon weil die dauerhaft zur Verfügung stehen. Outdoor-Pflanzen wurden hier aber auch bereits angeboten, sind aber zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos am 26. August 2022 aktuell ausverkauft. Außerdem gibt es hier noch den Hinweis, dass es dauerhaft möglich sein soll, mit einer Live-Cam die Plantagen bzw. generell den Anbau der Pflanzen zu beobachten. Ob das natürlich stimmt, konnte ich selbst jetzt noch nicht prüfen, da ich nicht in MyFirstPlant investiert bin. Dazu aber später noch mehr. Ansonsten gibt es hier noch die Info, dass die Preise nicht fix sind, sondern der aktuellen Marktlage angepasst werden. Eine Sache, die meiner Meinung nach absolut Sinn macht, mich bei den anderen Plattformen teilweise sogar auch schon gewundert hatte, warum das dort nicht so ist, denn Preise schwanken einfach, sieht man auch besonders aktuell an der Inflation. Ansonsten gibt es hier unten natürlich noch die klassischen Texte über das gigantische Potenzial des Brokkolimarktes. Was ich davon halte, habe ich ja in vergangenen Videos schon zur Genüge gesagt. Dass es sich hier aber um CBD handelt, finde ich diese Aussagen zumindest etwas greifbarer, da dort aktuell wahrscheinlich jeder beobachtet, wie immer mehr CBD-Produkte und immer mehr CBD-Shops überall aus dem Boden sprießen, trotz alledem bin ich mir ziemlich sicher, dass solche Aussagen von den Crowdgrowing-Anbietern meist sehr übertrieben dargestellt werden, weil das ganze Thema einfach aktuell im Hype ist und dementsprechend geht auch sehr schnell der Blick für die Realität verloren. Man kann mit sowas sehr schnell Leute von sich überzeugen. Nun würde ich sagen, kommen wir aber mal zu dem wahrscheinlich spannendsten Teil, denn wir schauen uns mal das Ganze außenrum an. Mit anderen Worten die Adresse, den CEO und so weiter und dafür wechseln wir hier einmal ins Impressum und fangen als allererstes mal hier mit dem Firmensitz an. Diese befindet sich hier nämlich tatsächlich mal nicht in den Niederlanden, in Luxemburg oder in den USA, sondern in Österreich, genauer genommen in Klagenfurt. Und wenn man sich das Ding auf Google Maps mal anschaut, dann handelt es sich um dieses Gebäude hier anscheinend und das befindet sich sogar in einer meiner Meinung nach gar nicht mal so schlechten Gegend. Zumindest deutlich besser als die Gegend, wo zum Beispiel Salvatara Crowd ihren Firmensitz hatten. Und wenn man dann einmal noch etwas genauer hinschaut, dann fällt einem auch auf, dass diese Bilder von 2019 sind und hier ein Zu-Vermieten-Schild an der Tür hängt. Es kann also wirklich sehr gut sein, dass sich dann MyFirstPlan dort eingemietet hat. Geht man dann nochmal auf das Google-Profil von MyFirstPlan, findet man leider nicht so viel, außer dieses Bild hier. Es scheint also tatsächlich dort ein Büro mit Öffnungsseiten zu geben. Falls jemand von euch in Österreich in oder in der Nähe von Klagenfurt leben sollte, dann könnt ihr ja gerne mal dort vorbeischauen und mal eure Erfahrungen unten in die Kommentare schreiben. Zusammengefasst habe ich also an der Adresse erstmal weniger auszusetzen, ganz im Gegensatz zu einem anderen Punkt, nämlich dem Geschäftsführer Mario Abraham. Über den erfährt man nämlich im ersten Moment generell gar nicht mal so viel. Ich konnte zum Beispiel auch keinen LinkedIn- oder Xing-Account finden und ja, den braucht man auch nicht zwangsläufig, trotz alledem ist das schon sehr ungewöhnlich für den CEO eines aufstrebenden Startups im Jahre 2022. Als ich dann aber noch etwas weiter gegoogelt habe, konnte ich noch deutlich unschönere Dinge finden, und zwar in diesem Reddit-Beitrag. Hier wird nämlich davon gesprochen, was der gute Mario Abraham in der Vergangenheit gemacht hat. Und anscheinend war er sowohl als Prokurist bei Viva Payment Solutions GmbH, als auch als Sales-Department-Manager bei EXW Wallet tätig. Und ich muss jetzt noch nicht mal erklären, was genau diese Unternehmen gemacht haben. Der deutlich wichtigere Punkt ist nämlich, dass einerseits sowohl die BaFin davor gewarnt hat, und zwar in diesem Bericht hier, und dann aber auch noch zusätzlich die österreichischen Behörden auch vor diesem Unternehmen gewarnt haben. Und das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall eine dicke, fette Red Flag. Und wo wir nun schon mal beim Thema Red Flag sind, es gibt auch noch ein paar weitere Dinge, die hier ebenfalls eher besorgniserregend sind. Zum Beispiel konnte ich auch keine Adresse finden, wo genau sich die Plantagen der Pflanzen befinden sollen. Ich konnte außerdem auch keine Informationen finden, an wen hier genau verkauft wird, außer dass anscheinend auch einige Produkte selbst verkauft werden, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Und ich konnte zum Beispiel auch nicht herausfinden, für welchen Preis denn tatsächlich die Pflanzen von der Firma selbst an Händler verkauft werden, sondern lediglich den Preis, den du schlussendlich pro Gramm bekommen wirst. All das sind Punkte, für die Juicyfields ebenfalls sehr stark kritisiert wurde. Und was aus der Firma geworden ist, naja, das ist wohl Geschichte, und das werden die meisten von euch sicherlich auch bereits wissen. Solltest du das noch nicht wissen, dann schau gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Dort werde ich dir einmal mein Video zum Thema Untergang von Juicyfields verlinken. Und sollten dir übrigens Videos wie dieses hier gefallen, wo ich solche Seiten mal genauer unter die Lupe nehme, und du möchtest in Zukunft keine Scam-Checks mehr verpassen, denn lass liebend gerne schon mal ein Like und ein Abo da. Und ansonsten kannst du auch gerne mal auf unserem Community-Discord-Server vorbeischauen, den findest du ebenfalls in der Videobeschreibung. Und dort unterhalten wir uns in der Community immer mal wieder über Themen, wie zum Beispiel passives Einkommen oder auch Krypto. Und es gibt dort auch einen Extra-Channel nur für Scam-Warnungen. Also wenn dich das interessieren sollte, dann würde ich mich sehr freuen, dich dort ebenfalls willkommen zu heißen. Nun würde ich aber sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Punkt, der für mich auch direkt die nächste Red Flag darstellt. Und zwar habe ich den auf der Website myfirstplantinfo.eu gefunden. Denn hier gibt es mehr Informationen über das ganze Provisions- und Affiliate-System. Und das ist auch leider hier mal wieder ein ziemlich dubioses Network-Marketing-System, bei dem man als Werbender, als Influencer, als Affiliate bis in die neunte Ebene mitverdienen kann. Und ich weiß natürlich auch, sowas gibt es mittlerweile immer häufiger und teilweise sicher auch mal eins bei absolut seriösen Unternehmen. Trotzdem lässt mich persönlich alles, was hier über die zweite Ebene hinausgeht, die jedes Mal aufs neue Bitter aufstoßen. Ich sehe sowas auch vermehrt bei eher unseriösen Unternehmen. Und dementsprechend ist das für mich mittlerweile auch eindeutig eine Red Flag geworden. Ihr könnt mir aber auch gerne mal eure Meinung zu solchen Network-Marketing-Systemen unten in die Kommentare schreiben. Wird mich wirklich sehr interessieren. Nun würde ich sagen, kommen wir aber mal zu dem wahrscheinlich wichtigsten Punkt. Und zwar der eigentlichen Verkaufs-Website, den Kosten der Pflanzen und natürlich auch den möglichen Renditen. Und um darüber mehr zu erfahren, müssen wir uns einmal in den Bereich Buy Plants begeben. Denn hier kann man schlussendlich die Pflanzen kaufen. Und aktuell gibt es hier zwei verschiedene Indoor-Pflanzen. Wie gesagt, teilweise gibt es auch noch Outdoor-Pflanzen, die sind aber aktuell ausverkauft. An dieser Stelle möchte ich aber gerne auch noch mal zwei allgemeine Informationen über dieses ganze Kaufsystem von My First Plants loswerden. Punkt 1, man kann hier nicht nur Pflanzen kaufen, sondern es gibt hier auch noch einen Shop. Und dort kann man tatsächlich verarbeitete My First Plant CBD-Produkte kaufen, wie zum Beispiel Öle oder auch Endless oder Longpapes. Und wenn man hier eine Pflanze kaufen sollte, dann bekommt man anscheinend auch ein kleines Willkommenspaket, wo ich mal davon ausgehe, dass dann dort solche Öle und Pabes drin sind, von My First Plant zugeschickt. Und Punkt 2, die Ein- und Auszahlung funktioniert hier eigentlich genauso wie bei Juicyfields auch. Man kann sein Geld nämlich einerseits einzahlen per SEPA-Überweisung und andererseits auch ein- und auszahlen per Krypto, genauer genommen per Bitcoin. Die spannende Frage ist nun aber, was genau kostet denn eigentlich so eine Pflanze? Und wie gesagt, es gibt hier zwei Stück zur Auswahl, es reicht aber völlig, wenn wir uns eine anschauen, denn die erste kostet hier genau doppelt so viel wie die zweite und bringt auch genau doppelt so viel Ernte ein wie die zweite, ist also einfach nur, sag ich mal, die Einsteiger-Version für die Leute, die nicht direkt sage und schreibe 1.200 Euro für die Pflanze ausgeben wollen. Und für diese 1.200 Euro bekommt man dann 5 Jahre lang alle 120 Tage eine Ernte von 80 bis 100 Gramm pro Pflanze. Und wenn man seine Ernte dann verkauft, bekommt man pro geerntetem Gramm 1 Euro. Doch lohnt sich das dann überhaupt und auf welche Rendite kommt man damit eigentlich? Ich würde sagen, lasst uns das doch einfach mal zusammen ausrechnen. Alle 120 Tage eine Ernte heißt 3 Ernten pro Jahr. Und die Pflanzen halten 5 Jahre, also kommt man insgesamt auf 15 Ernten. Und pro Ernte bekommt man dann mindestens 80 Gramm, also 80 Euro raus. Und das würde dann auf Einnahmen von 1.200 Euro hinauslaufen. Mit anderen Worten, man hätte überhaupt keinen Gewinn gemacht. Und wenn wir dann mal davon ausgehen, dass man immer die höchstmöglichen Ernteerträge bekommen würde, was natürlich auch eigentlich unwahrscheinlich ist, dann würde man immerhin auf 1.500 Euro kommen, was wenigstens 25% Gewinn wären. Aber auch 25% Gewinn heißt nur 5% pro Jahr. Und das ist schlussendlich auch nicht mehr, als man selbst mit einem stinknormalen World ETF im Durchschnitt in den letzten 10 Jahren gemacht hat. Und ich gehe mal stark davon aus, dass das für die meisten Leute, die sich für solche Crowdgrowing-Plattformen interessieren, wahrscheinlich viel zu wenig sein wird. Aber man muss natürlich auch betonen, dass gerade vor kurzem die Preise mal wieder an die Marktlage angepasst und somit erhöht wurden. Vorher hat diese Pflanze zum Beispiel 900 Euro gekostet und dann hätte man immerhin schon mal 66% Profit in den 5 Jahren einstreichen können. Aber auch das ist deutlich weniger als bei den anderen Crowdgrowing-Plattformen, wirkt aber dafür meiner Meinung nach immerhin etwas realistischer. Schlussendlich müssen wir aber darüber auch nicht lange diskutieren, denn die Preise wurden nun einfach erhöht und für 900 Euro bekommt man einfach keine Pflanze mehr. Soviel nun aber erstmal zum Überblick über My First Plant, die Red Flags und die potenziellen Gewinne und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal direkt zu meinem Fazit über. Machen wir es einfach kurz und knapp, halte ich My First Plant nun für seriös? Nein, nicht wirklich, vielleicht für etwas seriöser als Juicy Fields. Juicy Fields hat sich aber auch als 100%iger Scam herausgestellt, dementsprechend hat das jetzt auch nicht allzu viel zu heißen. Mal ganz davon abgesehen, sind hier die Renditen halt auch einfach noch sehr, sehr gering. Und spätestens wenn ich die Wahl habe, ob ich 5% Rendite pro Jahr lieber mit einer komischen Crowdgrowing-Plattform, die diverse Red Flags vorweist, machen möchte oder doch lieber mit einem ganz normalen World ETF, der deutlich bekannter und seriöser ist, dann würde ich mich auch in jedem Fall für den ETF entscheiden. Und selbst wenn ein Wunder passieren wollte und die Preise gehen wieder auf 900 Euro pro Pflanze runter, man macht dementsprechend auch wieder 66% Rendite in 5 Jahren, würde ich die Plattform trotzdem nicht nutzen. Denn einerseits gibt es mir einfach zu viele Red Flags und andererseits habe ich auch spätestens seit Juicy Fields kein Vertrauen mehr in das ganze Crowdgrowing-Prinzip insgesamt. Vor allem, weil mir immer noch niemand erklären kann, warum es da draußen überhaupt Firmen geben soll, die all diesen Privatpersonen solche Renditen ermöglichen, anstatt das Ganze einfach selbst zu machen und noch viel mehr Geld zu verdienen. Außerdem, und das kommt noch dazu, investiere ich, wie gesagt, seit mehreren Jahren in P2P-Kreditplattformen und dort macht man tatsächlich ähnliche Gewinne wie 66% in 5 Jahren und somit würde ich auch die immer wieder Plattformen wie MyFirstPlan vorziehen. Natürlich ist auch das in keinster Weise irgendeine Kauf- oder Finanzberatung. Solltest du dich trotzdem für P2P-Kreditplattformen interessieren, packe ich dir dazu nochmal mein ausführliches Video mit in die Videobeschreibung. Das soll es ja nun aber auch wirklich mit dem heutigen Video gewesen sein. Falls dir das Ganze gefallen hat, lasst liebend gerne ein Like und ein Abo da und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.